Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Ich hatte jetzt gerade schon die Mission gestartet und vergessen die Aufnahme da zu starten. Ja, tut mir natürlich leid. Aber sowas passiert. Ja, okay. So, wir machen natürlich die Mission jetzt weiter. Und schauen mal, was da draus wird, würde ich sagen. Sollen wir den hin? Na, hier oben. Was ist denn? Ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Dann bist du nicht so. Ich habe dich zu senators. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin ja zu uns. 3. 4. 7. 5. 5. 9. 10. 11. So will ich dann auch mal ab. So will ich mich nicht mehr sagen? Aber dann wieder zu wissen, was ich nicht mehr? Ich habe mich nicht mehr so... dass ich mich nicht mehr so gerne. Aber ich war wie das so lange nicht mehr? Ich war es auch nicht mehr so... Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht mehr so sehr an die Leute auswählen. Ach, laber nicht. So. Weder Boden noch Wasserflächen. Alles klar. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Uncihisch. Ja. Ah, nee, oder? Ach, Mann. Ich bin hier in der Tür. Oh! Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist nicht so. Ich bin hier. Oh No Okay Oh Zodzi one door there. Oh Niozzi ishira zaha set satz dege doga ya cha sadat rege Nexzi oh no yaoane doga atjada ne dono gihie Doga oya wat tina kunyanyo akta zatgang zera Dadan jetzt habe ich gedacht da hoch oh ahhhhhhhhh aber doch Wir wollen im Garten und in der Ausstattung. So. Ist es nicht? Hallo. Zwei. Ah, da ist er. Ah, hier runter müssen. Ah, da war gar nichts zum Greifen. So, da wiener Daunko. Ah, da wiener Daunko. und Er macht eine andere Reise, was sie mit einer Abhörmung machen können. Sie haben uns nicht geholfen, aber sie hatten uns nichts anderes. Die Wenn ein Gehirn ist, ist ein Gehirn hinter dem Gehirn. Wenn ein Gehirn ist, wird der Gehirn geflüchtet werden. Wenn unser Gehirn ist, dann wird es aus dem Gehirn. Das ist ein Gehirn in der Gehirn. Der Gehirn ist ein Gehirn in der Hand. Das war's für heute. Okay, da sind. Gedrückt halten. Ja, da sind so rein. Okay. Why did I die in the room? Where did I die? What did I die? That's what I wanted. Why did I do the 건 here? Ich habe das hier in der Nähe. Ich habe das hier in der Nähe. Ich habe das hier in der Nähe. Es ist ein kleinerer Mensch. Es ist ein kleinerer Mensch. Wohan, die Leute haben einfach Angst, dass ich nicht mehr so viele Menschen kenne. Die Leute haben sich so glücklich, weil sie sich nicht so glücklich machen. Die Leute sind die Leute, wenn sie nicht in den Augen kommen, dann sehen wir sie. Das ist ein Schein. Dann muss ich die Hüte sein und ich werde die Hüte bereit sein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Okay, kehre zu den Fallen zurück und fange. Alles klar, dann gucken wir mal, ob da was drin ist. Ja, Mann. So, mehr als zwei Tierarten, ja, äh, was sind mehr als nur eine Tierart? Ja. Um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Falsche Taster Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Im Prinzip brauchen wir ja noch einen Fuchs Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt brauchen wir noch einen Luftattentat besten luftattentat auf dem fuchs fahrraden 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 Das war's für heute. Ah wunderbar. Nun gut, äh, das haben wir jetzt erst mal so weit gerockt. Das war's für heute. 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 Mal gucken, was hier jetzt abgeht. Das war's für heute. 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 Eilung Neide Tees wat nata done Ohne do got tone or del I it a yott der oh I un과 John hot say Oh no Jared you Tony already on wanna know either what that been hordu Das war's für heute. Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gelegt wird. Welcher Pfad? Der Dein. Was hast du mit mir gemacht? Ein Formgewege, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, wie du ihm das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ja, ich sag jetzt gerade nicht viel, weil ich mich gerade ein bisschen konzentrieren muss. Du bist aus einem besonderen Stammraum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinen Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was soll ich also tun? Was erzählst du von einem Mann, der dich bei dir ausbilden wird? Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führe uns, bis zu Schweren. Aber ich bin doch nirgendswo dagegen geflogen, Mono. Na gut, beim ersten Mal gegen den Baum, ja. Ja, so fühlt man sich, als hätte man die Nacht durchgesoffen und hat am nächsten Tag einen Kater. Die Zeit beantwortet sie, bis zu Schweren, bis zu Schweren, bis zu Schweren. Die Zeit beantwortet sie, bis zu Schweren, bis zu Schweren, bis zu Schweren, bis zu Schweren. Die Zeit beantwortet sie, bis zu Schweren, 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 bis zu Schweren. Die Zeit beantwortet sie, bis zu Schweren, 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 bis zu Schweren. Die Zeit beantwortet sie, bis zu Schweren, 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 bis zu Schweren. Ich bin der Familie und bin ich, der sich nicht mehr so beschäftigt. Das ist ein Schmuck. Ich bin der Künstler auf dem Künstler. Ich bin der Künstler, die auf den Künstler ist. Ich bin der Künstler, die ich jetzt nicht mehr so beschäftige, weil ich mich nicht mehr so beschäftige. Ja, ich bin der Künstler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Genau. Ja, wir. Okay. So. Alles klar. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann auch wieder in der nächsten Folge. Mal sehen, was uns erwartet. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus? Was? Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis. Eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt. Einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte. Glauben wir. Hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es so weit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes. Gebattnet mit dem Wissen Altaïos und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende.